Also meine Damen und Herren, guten Tag. Wir werden nun einen Song spielen, der von sehr großer Bedeutung für mich ist. Er hat meinen Lebensstil verändert und meine Geruchsnerven ist geklopft. Mit meinem Freund im KW! Mein Glopfen. Es war eine Sommernacht. Ich war sehr geschärft. Sogar meine Nase war erwacht. Wo war sie nur? Wo war sie nur? Sie war ganz nah. Auf einmal ich sie sah. An meinen Beinen hängen sie ganz allein. Ein Geruch tauchte auf. Ich fing an zu weinen. Ich nahm sie und roch dran. Dann passiert etwas sehr Schlimmes. Kocherland. Auf einmal sagte meine Nase. Hey Michelle, das stinkt mir wieder. Ich fing an zu streiken. Ich fing an zu streiken. Ich sah meine alte Hose. Oh Gott. Und sie hatte den Kackstreifen. Elektronischen und Kackstreifen. Der Kackstreifen. Der Kackstreifen. Das war meine Geschichte Ich war süß, sehr berührend Und auch sehr schlimm Was war's von mir? Und wir kommen in!